So, ich brauche jetzt alle, ja? Und zwar, bevor wir loslegen, Sie sind ja hier so schön familiär, möchte ich gerne, dass alle auf jeden Fall mal ein bisschen näher kommen. Auf die Leute mal hinten, obwohl Sie nicht wirklich aufwärmen müssen, kommt mal alle ein bisschen hierher, gebt noch ein bisschen Respekt und Danzern an den B-Boys, kommt her und feuern sie alle ein bisschen an, das wäre schön. An das Publikum, wenn Ihnen was, was Ihnen gefallen, müsst ihr komplett durchdrehen. Komplett. Ihr könnt auch gerne aufstehen, ihr könnt Sachen reinschmeißen, die Läden, die Vörter, können BHs schmeißen, ist erlaubt. Ihr könnt machen, was ihr wollt, schön durchdrehen, wer sitzen bleibt und nicht durchdreht, ist richtig, richtig doof. Richtig doof. Richtig doof. Aber jetzt erstmal wieder alle aufstehen. Please stand up. 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 Please stand up right now. Ja, just please stand up. Okay. Remember, this is a cultural week. It was a hard week for everyone here. We have a lot of culture, a lot of love. And we won't stop here. We won't stop here. It's about love. It's about unity. It's about having fun, okay? Aufstehen. Okay. Jeder von euch hat bestimmt irgendeine Lieblingsbewegung, die ihr gerne macht, wenn die Musik läuft. Wenn der DJ ist, die Musik startet, macht jeder eine Lieblingsbewegung. Meine Lieblingsbewegung ist diese hier. Ungelenklicht. Ich steh mal auf das hier. Alles klar, sobald die Musik losgeht, macht jeder seine Lieblingsbewegung. Machen wir auf Englisch? As soon as the music starts, everyone does his favorite move. Okay. Shisha, you understand? If the music starts, you do, all the people that are here inside, they do the favorite move. This is the favorite move. Okay. As soon as the music starts, all of us, you included there, do all of us make our favorite That's why we're 20 seconds, 20 seconds, okay? Wer nicht mitmacht, ist richtig doof. Okay. DJ. Bitteschön. Oh. Let's mit der Beat losgeht. Let's mit losgeht, okay? Okay. I make a million bucks, every six months to y'all. Hangin' my game, sayin' my name. They call me the Adrian Twins. Knowin' the floor without the rings, but some of y'all had the full strings. This era, I made potato defeat, no point to beat. That's the baseline to rock for y'all too deep. Let me go past the mind of genius. Let's go still. Okay. Danke für die Sache, ihr seid geil. Okay, wir machen gar nicht lange rum, ihr beginnt sofort die Partners. Jede Tour, jeder Mann, ein Eingang. One, two, one, one, two, okay? Okay, wir machen eigentlich Routines? Ja, Routines sind erlaubt, ihr dürft noch Routines machen. Ja, wir stellen den DJ später vor, den DJ stellen wir auch später vor. Wenn ich euch zu schneller rede, sagt Bescheid, aber bin ich noch schneller. Und DJ, raus der Rout! B B B Goal! Si, si, si! Elusen, Tochtik! Tochtik der Elusen! Ooh! It's magic, Kai! Red! Red! Und das Brown Move! Dann haben wir das Schmerz in der Richtung! Das ist B-Boy! Fourth Generation! Vierte Generation! B-Boy Curry! B-Boy Curry! Macht ein Applaus für die Generation hier! Auf geht's! Auf geht's! O-O-O-O-O-O! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! O-O-O-O-O-O-O-O! B-Boy, B-Boy! Flash Fighters! Nice one! Die 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.